Herzlich Willkommen in Langen-Argen am Bodensee. Alles, was Sie für einen erholsamen Urlaub brauchen, finden Sie bei uns im Hotel Seeperle. Unsere Zimmer sind liebevoll eingerichtet, mit höchstem Komfort. Starten Sie den Tag an unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet und genießen Sie den herrlichen Blick auf den Bodensee. Regionale Produkte und Leckereien aus eigener Herstellung warten auf Sie. Hier ist für jeden etwas dabei. Der Apfel, ein Produkt aus eigenem Anbau, begleitet Sie in unserem Haus über den gesamten Aufenthalt. Reinsortiger Apfelsaft ohne Zusätze, Goldene Lizius Apfelbrand aus hauseigener Brennerei sowie frisch zubereitete Apfelkuchenkreationen erwarten Sie bei uns. Wir freuen uns, Ihnen das Naturprodukt Apfel näher zu bringen. Lassen Sie sich von den süßen Leckereien aus unserer eigenen Konditorei verwöhnen. Die ganze Familie Wocher freut sich auf Ihren Besuch. Genießen Sie erholsame Momente in unserem Haus, direkt am Bodensee. Melodie Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020